Hallo Leute, willkommen beim neuen Trainingsvideo in der Halle. Die HNC-Saison hat begonnen. Ich teste den neuen Predator, ich den neuen Phantom. Wir sind gespannt auf die Schuhe und wünschen euch viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, kommen wir nun zum Fazit. Der neue Predator ist sehr dünn, wie man hier sieht. Darum gibt er ein sehr gutes Ballgefühl. Sehr flexibel, sehr elastisch. Also mir gefällt dieser Predator wirklich gut. Okay, kommen wir nun zum Phantom. Dieser ist etwas stabiler gebaut, wie man hier sehen kann. Aus zwei Schichten. Und man kann auf den Schnürsenkel hier verstecken, was richtig richtig gut ist für das Ballgefühl. Und von der Sohle her sind beide Schuhe ziemlich ähnlich, ziemlich flach. Was natürlich für die Halle optimal ist. Das ist unser Fazit zu den Schuhen. Auf jeden Fall Topmodelle für in der Halle. Danke an Fussball Corner Höchstlin, dass sie uns die Schuhe geschickt haben. Und wenn ihr auch diese Modelle haben wollt, schaut bei ihnen vorbei. Abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf Instagram. Wir sehen uns nächstes Mal.